Ja, hallo aus dem Kreuzbergstadion in Olpe. Am Samstag wollten unsere Derbysieger ihren Saisonauftakt veredeln und einen zweiten Auftaktsieg folgen lassen. Knappi schickte auch seine Derby-Elf aufs Eis, lediglich Trisic kehrte nach seiner Rotsperre auf links außen zurück. Klein erst einmal nur Zuschauer. Das Spiel war keine drei Minuten alt. Eckball Mützel und dann ist Marco Unuka mit viel Auge und feinem linken Füßchen zur Stelle. 1 zu 0, erster Saisontreffer für Marco Unuka. Der SCW 1 zu 0 in Front. Olpe überrumpelt. Das Spiel dann in der Folge, ja sagen wir mal ruhig, Highlight Arm. Herne verwaltete und Olpe kam kaum durch. Kühn, der überragende Mann auf dem Platz, immer wieder mit dem Stoppschild. So musste es ein Standard sein. Es gibt hier indirekten Freistoß nach Rückpass, der für die erste Torchance sorgen sollte. Doch Carpentier wirft sich heldenhaft in den Ball. Ja, das war es tatsächlich. Highlights in der ersten Halbzeit Mangelware nach dem Treffer von Marco Unuka auf dem Feld Funkstille. Die zweite Halbzeit begann allerdings wie die erste. Flott, zügig und mit dem Anpfiff wieder eine Herner Torchance. Ferrati! Und er macht's wie Unuka mit Auge. Auch sein erstes Saisontor. 2 zu 0. Ja, und Marek Lesenjak, dem musste es vorkommen wie ein Déjà-vu. Die Jungs vom Schloss Strünkele wollten jetzt ein Haken an das Spiel machen. Mützel auf, auf und davon. Die Flanke gar nicht so schlecht. Dann ein kleines bisschen Pferdetennis. Und aus dem Hintergrund kommt jetzt Robin Klaas. Summa summarum allerdings zu ungefährlich. Ja, und wenn nichts mehr geht, geht bei Herne immer ein Freistoß. Fakt mir Ferrati zur Stelle. Doch der sagt immer noch nicht zu, trotz guter Tormöglichkeiten. Und wir kennen das. Wer vorne die Dinger nicht macht. Yannick Buchen. Der wird bestraft. 1 zu 2 aus Herner Sicht. Und aus Olpa-Sicht natürlich auch. Und die Frage, die sich jetzt stellte, musste Knappi noch einmal zittern. Die Antwort, ja. Olpe blieb dran. Diese Ecke hier. Und Yannick Buchen kann man schon verraten. Er hätte hier den Ausgleich machen können. Und das war Glück gehabt. Weiß auch Knappi. Ich glaube, dass wir richtig gut begonnen haben. Verdient in Führung gegangen sind. Den Rest der ersten Halbzeit. Ab der 20. und 25. Minute haben wir sehr pragmatisch gespielt. Hände da vielleicht ein bisschen zielstribbiger aufs zweite Tor gehen sollen. Und was wir dann bis zu 65 Minuten gespielt haben, war richtig gut. Und wir gehen dann auf verdient 2-0 in Führung. Müssen das dritte und vierte nachlegen. Und dann muss man sagen, hat man den Papst in der Tasche. Weil dann Olpa aufgekommen ist. Mit wirklich ganz, ganz viel Druck. Und da wäre der Ausgleich auch nicht ganz unverdient gewesen. So kommt es dann am Ende, dass die Weißen ihren zweiten Saisonsieg bejubeln. Und die Gastgeber immer noch ohne Punkt dastehen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann Lennestadt zu Gast im Stadion am Schloss Drünkede. Und ich sage wie immer, ciao, tschüss und bleibt sportlich.